Was ist LGBTQIA+, diese Fragen werden wir heute beantworten. Das ist Heidi. Sie ist zwölf Jahre alt und ist bi. Das B in LGBTQIA+, steht für Bisexuell. Bisexuell bedeutet, dass man auf beide Geschlechter steht. Heidi erzählt Josh, dass sie bisexuell ist. Josh findet das sehr lustig, aber weiß eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Wir erklären euch, was LGBTQIA+, bedeutet. Das L in LGBTQIA+, steht für eine Frau, die sich von einer anderen Frau angezogen fühlt. Das G in LGBTQIA+, steht für einen Mann, der sich an einen anderen Mann angezogen fühlt. Trans ist, wenn man sich nicht wohlfühlt mit seinem Körper und das Geschlecht ändert. QIA+, steht für alle anderen Geschlechter, die nicht dem Norm entsprechen. Wichtig ist, alle sind einzigartig, wie sie sind und das ist auch gut so. Das buchtet alle, so wie sie sind. Das buchtet alle, so wie sie sind. Das buchtet alle, so wie sie sind und das macht. Vielen Dank.